Ja, willkommen zu Folge 3 des The Walking Dead Let's Plays. Wir sind noch in Episode 1, aber ich nehme an, dass sich das nach der Folge hier geändert hat. Dann dürften wir zu Episode 2 kommen, die laut allgemeinen Kritiken wesentlich besser sein soll als die erste. Und die erste ist schon super. Also wirklich, wirklich großartig. Und da gucken wir jetzt mal, was hier so geht. Ja, Magus spielt, falls ihr es nicht an der Stimme erkannt habt. Aber wer spielt, ist ja eigentlich egal von uns. Wir sind ja eigentlich alle gleich bekloppt. Was passiert? Wir waren eben noch auf einer Farm. Und da ist der Sohn von dem Farmer gestorben, weil wir uns entschieden haben, das Kind zu retten. Ja. Hm. Schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Hätten wir das erste und andere gerettet, wäre dann das Kind tot? Oder hätten wir beide gelebt? Wir wissen es nicht. Wenn noch ein zweiter Zombie-Angriff stattgefunden hat, dann alle wären gestorben. Hey da, bist du am liebsten? Die Fahrzeuge sind aus Gas. Ah, ich glaube, der ist nicht am liebsten. Okay. Nein. Okay, wurde der, äh, äh... Gebissen oder... Wir können nicht nur die Menschen sterben lassen. Wenn ich sage, dass die Tür öffnet ist, egal was, dann meine ich es nicht. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Sie könnten gefährlich sein. Wurde. Sie könnten sie direkt zu uns lassen. Wo ist deine Humanität? Wir haben Kinder mit uns. Ich sehe eine kleine Mädchen. Was ist es? Ich... ich habe zu schlafen. Ich gehe da wieder in eine Sekunde. Ich glaube, Sie würden. In eine Minute, Cleo. Sie haben Kinder, Lilly. Die Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie dann mit ihnen zusammenkommen. Sie haben etwas in common. Gott sei Dank, Lilly. Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glen einfach rauskommen. Ich habe keine Angst. Wir sind in einer Krieg. Sie ist die Leiter hier. Aber sie sieht aus, dass sie die Leute verlieren. Sie sind in einer Krieg. Wenn Sie in meinen Krieg sind, Sie wären sie. Holy shit. Sonne, eine von ihnen ist bitten. Shit. Wir lassen ihn in. Wir lassen ihn in. Wir müssen das jetzt enden. Wir müssen das jetzt enden. Über mein Todes. Wir werden eine Schmerzen. Nein. Ich versuche ihn nicht. Es ist gut. Er ist gut. Die Leute verstehen? Wir haben das schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einem Schmerzen bleiben bleiben. Und wir enden alle bitten. Shut up. Wir müssen ihn rausziehen. Oder ihn zerbrechen. Kenny. Stop ihn. Was machen wir mit diesem Mann? Dad. Es ist nur ein Junge. Es ist... Lilly. Ich werde das tun. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich unterhalten. Wir reden mit ihm. Mit dem schmerzen Ende eines Schmerzen vielleicht. Niemand tut mein Junge. Jeder schreckt mich. Niemand tut nichts. Shut up, Lilly. Und du? Shut the fuck up. Sie werden uns finden. Und sie werden sehen. Und sie werden sehen. Und es wird ja ständig geredet. Also... Nicht wundern. Ich bin nicht irgendwie, äh... im Herzenverwürgen von ihm. Ja, es ist sein Sohn. Also, ne? Es ist Larry, oder? Man, das ist sein Sohn. Schau rundherum, dummass. Ich habe eine Tochter in hier. Du hast eine Tochter in hier. Du hast deine Tochter in hier. Wir haben alle Leute in hier. Wir können das alles herausfinden, ohne jemanden zu töten. Es ist ein anderer Weg. Ja. Mit einem Schmerz. Ich werde ihn töten, Kat. Ich werde ihn töten, Kat. Schau dir über Duck. Lee! Ja? Es gibt jemanden da drin. Es ist nur gelockt. Die Schläge hinter dem Konto. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin nicht der Schmerz hier. Ich bin nur nach meiner Tochter. Ich habe irgendwie das Gefühl, hinter der Tür sind noch mehr Zombies. Er ist in Schmerz. Sie wird den Konto finden. Schau dir! Sie will nicht. Und wenn sie so macht... Das erste, was er macht, ist, seine Zähne in seine Mutter. Dann, wenn sie tot ist, wird er wahrscheinlich auf deine kleine Mädchen. Sie wird schnell. Dann wird er schnell. Dann wird er für mich. Er ist ein kleiner Junge. Ich denke, wir können ihn behandeln. Ein kleiner Junge? Er wird ein nicht kontrollierter Mannheater. Das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Sie werden ihn rauskennen. Sie werden ihn rauskennen. Er ist schon wiederum gefallen. Geh weg, du Scheiße, du Scheiße! Geh weg, du Scheiße! Er wurde gebissen? Aber der Herzinfarkt! War er derjenige? Nein! Geh weg! Es ist sein Herz! Meine Pille! Nitroglycerin-Pille? Ja! Wir sind weg! Wir haben versucht, in die Pfarrer zu kommen, seit wir hier sind. Bitte, versucht, in die Pfarrer zu kommen, wo die Pille sind! Ah, toll! Wir werden irgendwie in die Pfarrer zu kommen. Vielen Dank! Wir brauchen Nitroglycerin-Pille. Bitte in die Pfarrer zu kommen! Alles ist nicht verkehrt! Ja, das ist nicht verkehrt! Wir müssen zurückkommen. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Bleib ein guter Blick auf ihn. Es werden die Leute arbeiten, um dir deine Medizin zu bekommen. Das ist richtig. Und du? Du bleibst ein Blick auf die dritte dritte. Du bist unser Bezug. Es ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du schiffst in mit Doug, wenn er es braucht. Oh, Gott, ich will den Arm. Okay. Der alte Mann ist im Arsch. Hab ich gerade Tabletten? Du bist ein guter Freund. Ich bin hier negativ. Okay. Du bist gut. Ich bin ein Mist. Ich kann nicht sagen. Mein sohn von Geld hat mich über 5 Meter entfernt. Und ich würde sie sein, wenn ich nicht für den dreckigen Reinhardt auf dem NDR. Entschuldigung. Ich bin ein Hörgerl. Ja, ich war recht. Ach, wie süß. Wie warst du hier? Wir sind auf dem Festival der Cherry Blossom. Real hard-hitting. Sieht gut. Was bist du da? Ein Radio. Ich kann es nicht arbeiten, aber... Hier, lass mich mal schauen. Okay, ich komme nach oben. Das ist ein Radio. Ach, nein. Okay. Der IT-Guy. Okay, quatsch mal mit dem. Ja, wir quatschen mit ihm. Oh? Stepp da der alte Kerl. Hauptsache reden! I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, hm. Uh, not now. Wow. Wir gucken noch, äh... Ach, verdammt. Okay, woher die wissen soll, dass das Essen ist. Okay, woher die wissen soll, dass das Essen ist. Na, Essen hab ich ja. So, ähm... Oh, die ist so goldig, die Kleine. So cool. Die ist aber auch... Die ist so goldig, die Kleine. Yep. Die ist aber auch... Sehr positiv. Ist er okay? Ja, ich denke so. Okay. Okay. Okay, was haben wir hier? Hier ist irgendwas zum Aufnehmen. Nicht viel, aber hier. Bist du sicher? Ja. Du bist ziemlich ein bisschen Stress. Danke. Das ist, äh... wirklich süß. Nicht nennst du es. Ich hab hier grad Essen gegeben. But live inside. Okay, wir gehen raus. Und, äh... Oh Gott. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht... Aber wir schaffen es... Hier ist doch gar nicht. Die Szene ist relativ lang. Es ist meine erste Aide. Glücklich ist es hier nichts, das ich hier muss. Die Tür führt zu den Nachhinein. Wir wollen mal angucken. Entschuldigung. Okay. Gucken wir, sind wir das? Find anything? Das ist Grundsache. Okay. 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 Okay, Leute. Und das letzte, was wir brauchen, ist Drama. Du hast diese kleine Mädchen, um sie zu schützen. Schau, nicht mich falsch machen. Ich habe nicht geplant. Gut. Weil das dauert länger als ein paar Tage, und du bist ein Problem für die Gruppe. Dann hätten wir ein Problem. Ich höre dir. Ich werde es nur zu mir halten. Ich werde es nur zu mir halten. Ja, natürlich. Äh... Thanks. Nicht irgendwelche... Nicht irgendwelche, äh... Ja... Sachen in Frage stellen, dass wir diesem oder jenen nicht trauen. Das brauchen wir echt nicht. Okay, was kann man hier machen? Okay, was kann man hier machen? Eine Stange. Das ist ein Hammer. Das war mein Vater. Das ist Cain. Er würde ihn hier anziehen. War er krank? Nein. Er war okay. Ich sah ihn tatsächlich mit dem Schraubladen. Und das Cain hat sich in diesem Ort beschädigt besser als jeder Schraubwälder. Cool. Warum nimmst du es nicht mit? Das ist eine... Das ist einfach nur ein... Laufstock. Aber... Das könnte man als Waffe verwenden. Besser diese Tür öffnen, hm? Kann ich mir helfen? Natürlich. Hier geht's. Schau deine Finger in den Schrauben. Dinge haben ein bisschen schrecklich, hm? Ja... Es ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum jeder verrückt ist. Es ist ein bisschen krass. Niemand macht das, ich glaube nicht. Ich glaube, mein Vater macht das. Okay. Hier geht's. Ein Stück. Du hast Kinder? Nein. Du hast keine Familie? Nein. Du hast keine Familie? Du hast keine Familie? Es ist nicht so. Es ist nicht so. Du spielst Sport? Ich spielst Soccer. Aber ich mag es nicht wirklich. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Ich bin mit meiner Mutter. Wir haben nicht überrascht. Wir haben nicht überrascht. Wir haben nur noch lange gesprochen. Wir haben nur noch lange gesprochen. Wir haben die Familie weggebracht. Ich wollte nur die Dinge anders sein. Okay? Okay. Weil der Probleme? Ja, das ist richtig. Jetzt... Lass uns das machen. Wir vertrauen der Kleinen immer mehr. Gut, das hat dann wahrscheinlich zur Folge. Sollte sie irgendwann im Laufe irgendeiner Episode sterben. Oh, fuck. Ich höre meine Finger. Ist es schmerzend? Ein bisschen. Oh Gott. Blut. In einer Zombie-Apokalypse. Soll ich draufgehen? Ein kleines Cool. Ja, ein Taschenrechner. Ganz großartig. Äh... Erstmal hier das Geben. Oh. Aber... Mal schauen, ob wir etwas über das tun können. Wenn ich das mache... Ein bisschen... Nicht zu viel. Bist du sicher? Ja. Gut. Dann patchen wir die Marble. Ja, bitte. Hm, war das nicht an der Spitze? Wo er sich verletzt hat? Naja, gut. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Ja, okay. Machen wir immer erst noch ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, wir bringen... Wir bringen ihr lieber... Oder... ...irgendwann anders... ...schont bei... ...und wir hoffen, um zu überleben. Aber es sieht aus, wie einer der größere Wunderschöne ist mein Vater. Ich versuche, ein Heroin zu sein, vielleicht. Oder zumindest einen Protektor zu sein. Okay, wir brauchen die Keys. Wir brauchen die Keys. Wir brauchen die Keys. Die Frage ist nur, wo? Das gibt's ja da oben. Ja, da unten. Da ist die Remote drin. Das gibt's ja da oben. Das gibt's ja da oben. Ja, da unten. Da ist die Remote drin. Das habe ich gemerkt. Ich habe das Gefühl. Na toll. Fernseh ist auch kaputt. Zombie-Apkalypse ist echt anstrengend. Okay, wo könnte... äh, könnten die Keys sein? Gucken wir mal, lieber. Ich gehe zurück in die Drogstor mit mir. Okay. Lee? Ja? You're not bad, right? I... Why didn't you ask me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Wir sind mal ehrlich. Oh. Was he bad? He was. Ich glaube, wir haben genug Vertrauen aufgebaut, um... äh... da ein bisschen, äh... den Weg zu gehen, ihr vielleicht ein paar Sachen anzuvertrauen, ne? Essen? Oh, ziemlich viel essen. Aber immer noch keine Schlüssel. Ich guck jetzt erstmal was zu essen. Danke. Natürlich. Ah, natürlich. Hey, da. Das ist Glenn. Und, äh... ich bin irgendwie in der Jam hier. Äh... little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever. This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and... well... I'm stuck. Stuck? Was ist ziemlich lang, der Abschnitt. Was ist ziemlich lang, der Abschnitt. Okay. Okay. Okay, dann... Aber wir haben immer noch nicht die, äh... Schlüssel gefunden. Da wird's noch was aufzusammeln. We can't let anything happen to Ducky. I know, hun. Okay, wir geben ihm noch ein bisschen... Essen. Aw, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Immer denen noch ein bisschen, äh... mehr. Geben. Immerhin sind wir ein Mörder. Wir machen unser Mörder. Okay, hier haben wir noch Essen. Aber wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ah, da sind irgendwelche Anzeigen. Wahrscheinlich, wo draufstehen, dass, äh, wir... Irgendwie umgebracht haben, oder so. Wie kann ich mit diesen... Dingen da draußen? Okay, äh... Wo geht's jetzt weiter? Geht's hier lang? Das war's Klo. Da war Clementine. Irgendwelche Zeitungen... Irgendwelche Zeitungen... Das, das Ding... Diese Batterie sollte das Radio fit sein. Great, danke. Batteries haben wir gefunden. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden. Wir haben uns noch einen Schlüssel gefunden. Okay, wir gucken raus... Okay. Das Spiel ist spannend. Da haben schon viele Zorn-Dees. Holy shit. Und irgendwas... ... iket. Sie essen nur... ...so wie ich kann, dass ich alles interessiere. Und jeder hat dich getötet. Sie essen dich. Und was, was noch immer wieder zurückkommt, ist einer von ihnen. Oh Gott. Ich denke, es wird mehr als ein paar Tage sein, bevor das alles alles klappt. Ich denke, es wird auch so. Wir müssen hier rausziehen. Hey Mann, was machst du? Was machst du denn? Wir können nicht sogar rausgehen, wenn die Schläge rauskommen sind. Für sicher. Deswegen will ich ja mit der Fernendienung die ablenken. Hey Mann, was machst du denn? Wir können nicht sogar rausgehen, wenn die Schläge rauskommen sind. Für sicher. Okay. Wir haben doch da drinnen, äh... ...den Stock. Wir haben doch da drinnen, äh... ...den Stock. Ich weiß. Okay, da kommen wir nicht ran. Wir brauchen... ...doch diesen... ...stab von ihm, dass wir gegen den, äh... ...den Brick drankommen. Okay. Okay. Das liegt hier noch am Boden. Was wir noch aufheben können. Ich frage, was wir gerade aufgenommen haben. Ja, irgendein Trinken oder so. Also nochmal nach hinten den Stock holen. Okay, das Klemmenteil hier wieder mitgeht. Es ist gelohnt. Wir müssen die Schläge runterladen, wenn wir Larry helfen können. Was ist das Wichtige hierfür? Vielleicht könnten wir den Stein transportieren. Es ist alles gelohnt jetzt. Ja, ja. Ah, wir sind die besten Rätsel überhaupt. Wo könnten denn die Gies sein? Nein, ich bin sorry zu hören. Dein Freundes hat sich durch die lebenden Karten getrunken. Okay, warte mal. Gibt's hier irgendwie, ähm... ...so ne Möglichkeit, sich alle Hotspots anzuzeigen? Controls? Action... ...move Charakter... ...Actions... ...move Rektile... ...nein. Gibt es nicht. Das ist doof. Irgendwo hier müssen die ja sein. Wie geht's Dok? Wie geht's Dok? Okay, es war nur ein Schock. Wir sind Glück als hell, niemand wurde auf der Weg in hier. Little kid. How is she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. Ja? Were you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Ja, das ist echt... What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so... We ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Uh... They're... gone. Oh my goodness. Do you think? How? I just know, alright? Kat, it's not our business. Uh... Are you guys alright? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, can you just get a second? Sure. Yeah? Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? Yeah. Ja, das wird auch, glaube ich... We did what we could. Bad things happened. We didn't make a choice to kill Sean. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control... You don't have to do it. I guess... I guess... Yeah, good. Eigentlich wäre Zeit, äh... ...Pause zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie der hier abspeichert. Okay. Wir müssen immer noch diese Schlüssel finden. Und ich weiß nicht, wo zur Hölle... Ich weiß nicht, wie ich dein Name habe. Das ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Ich war nur das, was ich hatte. Ich war nur da, was ich hatte. Ich war nur da. Jetzt hat Herz wiedergelegt, und ich bin nicht mehr, um nichts zu tun. Und die violence mit meinem Vater mit meinem Vater... Das nicht hilft. Ja. Was du denkst, was du? Was ist da, was du? Die Flöten sind auf, um, 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 um... More of them. More of them. We need to stick together and get through this. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. He's got a temper. Ah, fuck you! Yeah, he doesn't. It's just that... Yeah. I'm sure he's a good guy. I'm sure he's a good guy. He is. He just has his issues. Where's your mom? Savannah, I think. Oh, you guys are together. Oh, no, I'm not her dad. I found in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girls' parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well... She's lucky to have you. I'm gonna get back to him. Sounds good. Nah, that's what I really isn't, if I'm gonna get back. I'm gonna get back. Now I'll get back. Where do they go from here? That's why. Central High Tech Stain. The paper is a week old. Looks like years. Ich will aber echt wissen, wo die Batterien sind. Hast du noch irgendwas? Ähm, bisschen dunkel, oder? Irgendwas muss hier draußen sein. Gut. Willst du gehen, einen Blick auf die Seite? Lass uns einen Blick auf die Seite. Okay. Ach ja, wir wurden ja von einem netten Menschen, äh, hingewiesen, äh, wir sollten nicht mehr jeden dazu auffordern, äh, uns zu abonnieren. Ich wusste gar nicht, dass wir das machen. Okay. Also, äh, warum haben wir das denn eben nicht gesehen? Und, äh, da wir Leute nicht mehr dazu auffordern sollen, uns zu abonnieren, äh, ja, also eigentlich interessiert es ja faktisch keinen, äh, ach, was trotzdem. Okay. Dann, äh, let's do it. Ja, ihr gebt mir doch jetzt endlich mal ein bisschen Zeit. Meine Güte. Ich denke, du kannst irgendwas tun, äh, was ich tun kann, äh, was ist denn das? Okay, jetzt muss es doch endlich mal gehen hier. Haha, wie cool. Manchmal ist es echt sinnvoll, um Nerds zu besitzen. Geil! Ähm, dem fehlt irgendwie ein Stück vom Kiefer. Okay. Ich finde das aber prinzipiell ganz interessant. Open Sesame. That won't work. I was kidding. Haha, it's universal, but not that universal. I know, Doug. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things, trying to get in here. And now we can't get back out of the street. We're also partying to some egregious fire code violations. Ah, toll. I can't reach that brick. Warum denn nicht? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Yeah. Ah, toll. Also noch was. Yeah, it didn't work. Okay. Wir müssen... Also irgendwie, äh, was anderes noch machen. Irgendwie. Aber ich muss hier auch mal Pause machen. Das ist, äh... Ah, guck mal hier. Da hat er gerade gespeichert. Das haben wir doch gerade gesehen hier. Und, äh, damit beenden wir mal hier die Aufnahme bei fast 40 Minuten. Meine Güte. Und, äh, dann gucken wir mal, wie wir es hier dann das nächste Mal weitermachen. Tschüss.